Die dümmsten Fortnite Amazon Produkte und ich würde sagen, ich will wissen, was die dümmsten Fortnite Amazon Produkte sind. Wir werden es sehen, wir werden es beurteilen. Vielleicht auch auf einer Skala von 1 bis 10 oder auf einer Trash oder Not Trash. Jeder von uns kennt Amazon, aber wusstet ihr, dass es auf Amazon richtig weirde Fortnite Produkte gibt? Nein, wusstet ihr nicht? Jetzt wisst ihr auf jeden Fall. Denn im Video heute werden wir die weirdesten Fortnite Amazon Produkte testen. Fangen wir an mit Produkt Nummer 1. So, let's go. Die weirdesten Fortnite Amazon Produkte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was wirklich weird sein soll. Es gibt bestimmt unnötige Dinge, aber weirde Dinge. Ich sag ehrlich, ohne Messer kriege ich das nicht auf. Ich hab ehrlich gesagt gar keinen Plan mehr, was bestellt wurde. Du weißt es, ne? So lange her. Produkt Nummer 1. Was ist das denn? Er hat jetzt auch ein anderes Paket aufgemacht. Ich bin verwirrt. Ich dachte, jetzt kommt dieser Cube hier. Ist das Socken? Das ist ein Geldbeutel oder was? Popmoné, ne? Oh mein Gott. Imagine, du bist so maxi-file und gehst in den Laden und packst dann erstmal dein Fortnite-Geldbeutel aus. Das sind zwei Sachen. Das sind zwei Sachen. Das hier auch? Ja. Oh mein Gott. Das ultimativ inoffizielle Witzebuch für Battle Royale-Fans. Epischer Sieg. Oh mein Gott. Das sieht aus wie so ein Malbuch, um irgendwas auszumalen. Was ist dieser Background? Was ist diese selbstgezeichnete Fortnite-Kamera? Warum hat er zwei Schirme? Was geht hier überhaupt ab? Schau es gleich vor. Aber ganz kurz erfahrt, das hat man nicht testen. Okay. Vor der Rückseite. Ich glaube, ehrlich, das könnte man eigentlich benutzen. Das wäre voll geil. Das ist schon ziemlich edgy, also. Ich glaube, nicht jeder hat so ein Fortnite-Geldbeutel. Dann holst du dein Portemonnaie raus und sagst du so ein Fortnite, guckst du nach deinem Scheinchen und so. Holst du was raus? Wie-Bugs? Ja. Dann holst du wie-Bugs raus. Ich zahl mir 800 Wie-Bugs. Danke. Kuss, Bro. Ich überlege echt auf, unironisch, das hier zu nutzen. Jetzt, meine Damen und Herren, macht euch gespannt für die besten Witze. Ich hab schon mal so ein Witzebuch gesehen und ich hab da auch schon ein paar Jokes draus gelesen. Nicht schon ein Fortnite-Witzebuch, aber generell Witzebücher. Und ich finde Witzebücher sind 90% der Zeit so unlustig, ne? Liegt natürlich am Humor. Andere Leute finden es bestimmt lustig, aber Junge, dieser Humor bei so Witzebüchern klappt gar nicht. Ich bin echt gespannt, ob dieser Joke jetzt zünden wird oder nicht hier. Für die besten Witze. Du weißt, du bist ein echter Fortnite-Fan. Wenn du diese Karte besser kennst, als deine eigene Stadt. Aber wo ist der Witz? Wo ist der Joke? Ist halt so tot, ne? Jo. Das ist... Du weißt, du kannst die Fortnite-Spieler um 7 Uhr aufstehen, weil um 8 die Läden schließen. Kennst du das? Dieser Moment, wenn du in Fortnite-Better Royale endlich gewonnen hast? Und du nicht weißt, was du jetzt mit deinem Leben anstellen sollst? Wie echte Fortnite-Fans Silvester verbringen. 23.58 Uhr Fortnite spielen. 23.59 Uhr Fortnite spielen. 0 Uhr Wunderkerze anzünden und Fortnite spielen. 0 Uhr 1 Fortnite spielen. Dieses Witzebuch ist wirklich geil. Es ist wie man... Also, ich habe noch nie ein Witzebuch gesehen, das ich wirklich unironisch lustig fand. ...ein Fortnite-Spieler aus der Fassung bringt. Du Blödmann. Hm. Keine Reaktion. Du Vollforsten. Hm. Keine Reaktion. Du Idiot. Hm. Du Nichtskönner. Hm. Du... Das kommt bestimmt mit dem Nose-Skin oder so. Dummkopf? Hm. Du Noob. Höh. Okay, ich dachte, der Nose... Also, ein Noob ist ja schon... ...sehr lasch. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Nose-Skin, was ein bisschen mehr Fortnite-Reference hat. Das ist ja... Ey, der Job wäre auch so nicht lustig gewesen, aber das wäre ein bisschen besser gewesen. Ist das kacke. Ehrlich, das ist so kacke, ne? Ey. Was ist dieses Face, Alter, Bro? Bitte. Und hier noch irgendein Pseudo-WhatsApp-Chat, Alter. Wo bestellt man diese Schei... Das Buch ist wirklich bodenlos. Das sollte zu den gebannten... Das ist echt bodenlos. Ich kann so Fortnite-Produkten eigentlich gehören. Oh mein Gott. Nächstes Produkt. Oh nein. Bro, es ist weich. Weich ist nie gut. Hart ist... Ja, aber wieso? Oh, es könnte eine Decke sein oder so. Ich glaube, das ist eine Decke. Besser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fortnite. 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 Muss ich anziehen. Boah, ich kriege da noch so einen Ausschlag, ne? Fortnite. 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 Ja gut, was wir mal groß sagen, ne? Also... Ist halt ein Generic Fortnite-Oberteil. Hat man schon oft gesehen. Vielleicht nicht mit eins zu eins dem Motiv, keine Ahnung, aber hat man schon oft gesehen sowas. Fortnite. Fortnite. Yeah. Fortnite-Victoria-Royale. Fortnite. All in justice. All in justice. All in justice. All right. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Ich hab gar keine Bewertungen gegeben. Brauchen wir Bewertungen? 10 von 10. Gerne auch. Weil wir ja gerade in 10 bei Outfit sind, ne? Na, ist das wieder was? Au. Das hat weh. Bro. Oh. Dicker. Ehrlich. Ey man, er nimmt wirklich mein letztes Stück Würde, ne? Oh, ich krieg's. Fortnite-Cap. Fortnite-Oberteil. Vielleicht kommen dann Fortnite-Hose, Fortnite-Socken, dann ist er komplett eingekleideter Maxi. Bro, Pien. Guck mal, es ist ganz offen. Ich krieg's nicht auf den Kopf. Ich krieg's nicht auf den Kopf. Es ist ganz offen. Also, ich glaub auch ganz ehrlich, dass ich es nicht für ihn gedacht hab, das ist seine Kopfgröße. Für den Pfeilfett hier. Das ist einfach zu groß. Ich muss ganz kurz wissen, sieht es gut aus? Fortnite. Fortnite. Fortnite, bitte. Oh mein Gott. Fortnite, bitte. Ach, Digga. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Mini-Paluten. Guck mal, das ist für dich. Hast du meine Cap? Nächstes Produkt, bitte. Ey, ich sag ehrlich, mir ist halt todeswarm. Falls ihr, by the way, noch mehr von solchen Videos sehen wollt, ne? Dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Irgendwie macht mir ein bisschen Angst mit dem, mit dem Ding in der Hand hier. Wir werden gerne den Creator kurz wechseln in den Itemshop, ne? Denkt dran, wir sind alles Freunde. Dann haben wir das jetzt geklärt. Danke, by the way. Ich gucke jeden Supporter. Kuss, kuss, kuss. Ihr seid die Besten. Wir machen die Videos nur für euch. Oh, wait a minute. Hold up. Yo. Wer ist er? Das ist cool. Was ist das? Was steht da? Das ist irgendwie ein Loch. Geil. Okay, wir packen das ganz kurz mal aus. Du hättest meine Muskelkraft in die Stadt, Großart. Oh. Alles gut, schnell einfach raus. Welches Kind soll denn das aufkriegen? Stopp. Ihr dürft nur weiter, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist kacke. Was ist das? Wenn ich so wie ich es mache, dann fühle ich mich manchmal wirklich als wäre ich so 8 oder so. Ich glaube, so sehe ich auch gerade aus, oder? Es gibt bestimmt einen richtigen Weg. Aber den richtigen Weg, den nutzen wir nicht. Denn wir kriegen unseren Victory Royale nur mit Cheat. Ne, keiner. Mal gucken. Mach mal das ganze Ding mal an. Es gibt hier den... Hat Maxi vorher sich lowkey selbst exposed? Man weiß es nicht. Kappa. Ja. 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 So, jetzt kriegt er hoffentlich guten Saft. Ich fände schon mal gut an. So, mein Bester. Jetzt gib Gas. Ja. Er fährt. Das lag noch neben. Wuhu. Baby. Ja. Ich muss ehrlich sagen, das fährt ein bisschen schneller, als ich erwartet habe. Ich dachte, das fährt jetzt richtig langsam. Nein, nein, nein. Du sagst Stopp. Für mich gibt es hier keinen Stopp, Großer. Das ist dein Ende. Das ist witzig. Ja. Let's go. Scheiße. Das ist voll cool. Oh. Habe ich eine Batterie verloren? Oh, ich habe alle verloren. Alle Batterien. Scheiße. Ja, ich glaube, es kann ganz lustig sein für Kinder. Keine Ahnung. Echt. Das ist keine Sache, die mir irgendwie krass Spaß bereitet. Vielleicht für fünf Minuten. Oh. Oh. Alright. Lass ganz kurz mal in der Wohnung rumfahren. Ich vermisse den anderen aber. Also ich sage ehrlich, den anderen, den wir immer hatten, der war hunderttausendmal schneller. Aber ich teste jetzt den auf sein maximales Limit. Let's go. Bereit? Also der andere war ja überschnell. Das weiß ich noch. Den hat er, glaube ich, von Epic bekommen, oder? Go. Der geht aber auch gut. Hm. Der geht echt gut. Au. Sorry. Los, Pien. Lauf. Lauf, Pien. Junge. Überschnell. Komm, wir fahren wieder ins Zimmer. Yo. Weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen mal rausgehen zu dieser Rennstrecke. Wir haben ja so eine Rennstrecke in der Nähe. Aber da gehen wir später nochmal hin. Geil. Nächstes Punkt. Wenn er da Rennen macht, ich glaube, er wird nicht den ersten Platz belegen. Wahrscheinlich den letzten mit denen. Weil ich glaube, die Leute, die so Rennen fahren mit so Autos, so Modellautos, die haben richtig krasse Teile. Oha. Ich dachte, das ist voll schwer. Aber es ist doch ziemlich leicht. Und das ist... Das ist... Was ist das? Oh mein Gott. Bettüberzug, oder? Es sieht aus wie ein Bettüberzug. Nee, doch nicht. So ein... So ein Morph-Suit oder was? Ein Skeleth-Morph-Suit. Ne. Zieh ich nicht an. Ja gut, hab ich gesagt, ich zieh das nicht an. Sieht gut aus. Ne, ne? Ne. Naja. Naja. Ja. Ja. Vor allem. Das Slurp oder was? Das ist in seiner Hand. Junge, warum schaut das so überscafft aus, Alter? Ja, Bro. Das sagst du so einfach mit einem Tisch vor mir. Okay, pass auf. Stell dir vor. Szenario. Szenario. Ich shitte dich mit Double Pump in Fortnite. Auch wenn es nicht mehr gibt. Ne, ne? Hey. Ich weiß ja nicht, wie ich aussehe. Aber ich... Nicht gut. Gar nicht gut. So scheiße? Bro, ich seh es auch... Das sieht echt nicht gut aus, ne. Dann würde ich gleich eine Bank ausrauben. Aber so... Ach, geil. Ja, okay. Machen wir ohne das. Ja, eine Roblox-Bank. Von Fortnite. Okay. Nächstes Produkt. Let's go. Einen Skytrooper brauchen natürlich auch. Yo! War ja klar, in jedem Video, wo es um Fortnite-Produkte geht, hat Max einfach eine... Eine... Eine Nerf oder so, ne? Sniper! Einfach die Bolzen einfach, Junge. Eigentlich mal was geiles. Ist das denn... Das ist ne Nerf, ne? Boah. 100 Pro, voll viele von euch wollen die jetzt gerade haben. Sagt ehrlich. Bam. Ui. Junge, was ist das für ein riesiger Nerf, Alter. Ja, okay. Jetzt wird gebastelt, Großer. Also wenn du so überlegst, kann das auch ein Jagdgewehr sein, ne? Ja, jetzt ist grad ein Jagdgewehr. Komplett. Geil. Getting hot in den Himmeln. Echt viele, Digga. Wer glaubt nicht an deinen Aim? Die. Sonst würden die Denise das für Munition geben. Ich weiß, wer so viele Kugeln braucht. Fix? Ja. Fix brauchst du viel. Weil Fix denkt immer, er kann snipen, aber Fix... Du kannst net snipen. Du kannst das net. Großer, guck dir diesen Jungen hier an. Ich kann snipen, Bro. Skytrooper for the win. Was für Renegade Raider? Wo denn? Ich seh dich nicht. Oh, okay. So. Geil. Geil. Okay, warte. Pass auf. Ich muss irgendwo hinschießen. Ähm. Ich hab jedes Mal mit Maxify sowas gesagt, da hab ich auch Angst, Alter. Ähm. Okay, unser Ziel ist, Mini-Paluten zu treffen. Ah, tut mir leid, Palle, ne? Mein Bester. Aber muss auch mal sein. Oh, man kann sogar durchgucken. Wo ging's hin? Hat getroffen, ne? Oh mein Gott, das war ja richtig... Gab mich, das ist einfach runtergedroppt. Ah, okay. Das war's. Headshot. Oh! Okay, ich mach 360. Und ich halte die Waffe falsch rum sogar. Bereit? Okay, krass. Krass, Maxi. Heftig. Okay, geh mal rüber zum nächsten Produkt. Aua. Okay, nächstes Produkt. Aber ganz kurz, ich muss mich umziehen kurz. Hast du... Zu warm. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Also wir hatten bis jetzt echt ganz coole Produkte. Wir haben hier einmal... Trading Cards. Oh. Oh mein Gott. Also wenn es genau... Wenn es ähnliche Karten sind wie letztes Mal, ist das ein richtiger Trash. Ich bin echt gespannt, was jetzt dabei rumkommt. Oh. Oh mein Gott. Trimax Waffe. Wie cool. Kommt da Wasser rein? Ja. Oh. Geil. Okay, die testen wir gleich so. Jetzt noch hier Trading Cards. Ein komplettes... Einfach eine Tupperdose. Einfach eine Tupperdose mit Trading Cards. Oh mein Gott. Bro, wie viele... Oh mein. Digga, wie viele... Wie viele Boosters sind da drin, Alter? Wie viele Booster-Dinger das sind? Sogar... Trimax höchstpersönlich. One or the Trimax, hier. Einen Booster mache ich auf. Eins muss ich aufmachen. Seid ihr gespannt? Wir haben hier einmal... Keine Ahnung, wie der Skin heißt. Dann haben wir... Keine Ahnung, wie der Skin heißt. Pass auf. Jetzt als nächstes. Ich weiß auch nicht, wie der hier heißt. Ah. Okay. Also diese Fortnite-Karten werden mich anscheinend nie abholen. Aber ich bin froh, dass bisher zumindest kein Screenshot beim Game einfach drin ist. Weil das war echt letztes Mal komplett bodenlos. Einfach irgendwie Screenshots vom Game gemacht. Aber ich habe hier... P1000 Pili-Maschine. Keine Ahnung, wie die heißt. Noch was? Wow. Wie in die Karte wird dir gefallen? Ich habe hier ein Holo-Lebkuchen auf dem Surpray. Yo! Das ist cool. Damn. Dann habe ich hier nochmal... Oh, die ist auch Holo. Die ist aber geileres Holo. Die hat dieses... Die ist cool, die Karte. Ich mache auch eins auf. Das erinnert mich halt an die alten Yu-Gi-Oh-Zeiten. Ich weiß nicht, die kennt ihr nicht mal. Riechen die noch so? Nee, ne? Eigentlich schon ein bisschen. Bin ich dumm? Oha, oha. Ja, ja. Ganz weirdes Bild hier Maxi beim Kartenschnüffeln. Hä? Das ist einfach Kindheit, die ich rieche. Ich schwöre. Ich rieche einfach Kindheit. Oh, cool. Okay, wir haben hier einmal... The Outtune Queen. Dann als nächstes... Den Bre kennt ihr alle. Fallen Love Ranger. Boguch. Boguch. Dann haben wir Air Force. Danach haben wir... Den Bre... Ey, ich spiele so selten Fortnite, ne? Ich meine, ich habe auch schon ein paar Mal Fortnite gestreamt. Früher auch ein bisschen mehr gespielt. Aber ich kenne diese ganzen Skins gar nicht. Ich habe vereinzelt welche gesehen. Höchstens meistens in irgendwelchen Memes. Oder wenn ich halt mal wieder gespielt habe. Aber, Junge, es gibt so viele Skins, die ich auch einfach noch nie gesehen habe. Moistie irgendwas. Dann haben wir... Remedy. Sie. Avatar. Die waren kacke. Kann man auch mal eins auf. Was ist dein Job zu? Naja, ich öffne halt gerne meine Freizeit Fortnite Karten. Ich kann meine Fortnite Karten öffnen. So. Ich muss den Typen finden, der Fortnite Karten öffnet. Okay, auf schnellen Durchlauf jetzt alle anderen Karten, die ich habe. Wir haben die hier. Zack. Du siehst. Okay, ja. Ich sehe gar keine... Nichts von den Karten, ich sehe immer eine Rückseite. Ja, miau. Affe. Also im Prinzip sind es einfach nur Bilder von Fortnite Skins. Und ein paar Special gibt es, wo ein bisschen mehr zu sehen ist, die auch Holos sind. Okay? Fischer. Weißen nicht. Oh, komm schon. Wir brauchen irgendwas krasses. Irgendwas, was so richtig viel Geld wert ist. Dann verkaufen wir die Karten und holen uns Wibugs davon. Aber spielt tatsächlich irgendjemand mit diesen Fortnite Karten? Also... Unironisch jetzt. Hat jemand von euch Fortnite Karten zu Hause oder hat das damit gespielt? Also wir hatten das damals öfters in der Schule gespielt oder mit Freunden. Also keine Fortnite Karten, sondern wenn man halt Karten hat, irgendwelche Pokémon Karten oder Yu-Gi-Oh! Karten. Aber wird mit denen gespielt oder sammelt man die einfach? Wenn ihr das wisst oder wenn ihr selber welche habt, schreibt es mir echt gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren, was man mit den Karten macht. Weil irgendwie wirkt es für mich gerade ein bisschen unnötig so. Das sind richtige Skins. Oh, die sind nicht so gut, oder? Komm schon, gönn doch einmal! Bitte Gold ist gewollt! Bitte! Gold ist gewollt! Oh nein! Oh! Auch nicht so... Obwohl der Skin ist eigentlich ganz cool, oder? Chaos Agent? Boah! Ja... Oh! Das ist eine Holo-Karte, ne? Oh doch! Na, ist geil, oder? Der Werwolf! Der Werwolf! Geil, geil! Die ist cool! Oh, noch eine, ne? Und dann gehen wir weiter in die nächste. Und jetzt die letzte besondere Karte, die auch unsere Transition wird. Das war ein schwarzes Loch! Oh mein Gott! So, und den Fisch haben wir natürlich auch noch. Die Wasserpistole. Die Fischwasserpistole. Soll der die ganze Hand eigentlich rein? Okay, bist du bereit? Ja. Oha, die spritzt aber weit! Wie findet ihr eigentlich meine Terrasse? Die hat sehr viel Unkraut und so, ne? Wie wollte ich es gerade sagen? Sieht ein bisschen voll mit Unkraut aus. Müssen wir wegmachen. Sieht gut aus. Ich gieße jetzt das ganze Unkraut. Boah, lecker. Rechte denn? Ja, das, äh, ja. Ja, ist eine coole Wasserpistole, ja. Wir gehen weiter zum nächsten Produkt. Cool. Yo! Bro, das ist riesig. Gib her! Was ist da drin? Ist da ein anderes Sniper drin? Nein. Von der Größe? Könnte sein. Das ist krasser. Okay, und es ist... Es ist einfach... Ne Pump. Aber ist das ne Wasserpump oder ne Nerfpump? Ist das die Pump? Ja. Bro, die ist riesig. Das ist die Nerf, oder? Alter, die ist größer als die Sniper gefühlt. Die war safe teuer, ne? Jo, einfach die Pump-Shot. Warum gibt es eigentlich so viele Fortnite-Nerfs, Alter? Ich wusste nicht mehr, dass es so viel Fortnite-Merch mit Nerf gibt. Dann ist das krass. Ich sag ehrlich. Nerf Gun, ihr müsst mich mal sponsern. Ich hab so viele Nerf-Produkte von euch. Bro, hä? Braucht euch Nerf Gun? Kommt schon, wir machen ein cooles Video zusammen. Digga, das sind richtig... Vergleich dich mal mit normalen. Was ist das? Das ist krass. Die können richtig Damage verursachen. Das ist wirklich... Das ist ein 200er Pump, wenn ich jemanden treffe. Ich glaube, so ist richtig. Mini Paluten. Ich hoffe, es funktioniert. Mini Paluten. Hä? Mini Paluten, 3.0. Das kam grad sehr enttäuschend. Ich versuch's nochmal. Also die ist halt bis jetzt nicht... Also die andere hat auf jeden Fall mehr Wucht. Die ist ja richtig lasch gewesen. Und das Reload dauert auch ein bisschen länger. Wenn du jetzt überlegst, du bist gerade in so richtig crazy Nerf-Gum-Bette drin. Und dann musst du halt so lange nachladen. Dann bist du so... Yo! Pass auf, Mann! Ich schieße mit meiner Shotgun! Pow! Oh, sorry! Auf einmal hast du Druck. Okay, jetzt hast du Druck. Sorry, sorry, sorry. Aber ich sag ehrlich. Ich find die Sniper, obviously, weil ich auch Maxi bin. Naja, ich find die Sniper halt so viel geiler, ne? Du kannst auch viel schneller irgendwie jemanden snipen. Du kannst aber schneller schießen mit der Sniper als mit der Shotgun. Das ist halt irgendwie weird. Das stimmt. Was ist denn großer? Kann ich dir den Kopf schießen? Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nächstes Produkt. Okay, was ist das hier? Ich glaub, das ist wieder nerf. Echt jetzt? Schon wieder nerf? Nerf? Denk dran. Sponsert mich? Okay, ich bin gespannt, was da jetzt drin ist. Hä? Was ist das denn? Oh, das ist die P90. Du brauchst echt wieder nerf. Ich kann ganzes Zimmer ausstatt mit nerf. Ist das krass? Ist das krass? Die P90 einfach. Die sieht cool aus. Die sieht auch teurer aus. Ich hab aber keinen Plan, wie teuer die ist. Ich hab da keinen Peace mehr, ne? Das ist alles... Nicht mal davon. Das ist cool. Okay, wir reloaden den Bray und ich fall hier ein. Und das fährt runter. Alter, wie viel passt da rein? Kannst du vielleicht mal offen bleiben? Noch mehr? Du hast richtig Hunger, ne? Ich kenn das. Hab ich auch. Okay, jetzt ist die Frage. Ich glaub, man muss das irgendwie aufladen. Oder... Keine Anleitung. Ich bin maximal verwirrt. Also ich bin mir sicher, da müssen wahrscheinlich Batterien rein. Ach so, das ist so ne... Die man nicht so aufspannt, sondern mit so einer Batterie oder Akku. Ich brauch vier Batterien. Ich glaube, die Nerf hier gerade... Ich glaub, das ist die beste. Die P90 ist, glaub ich, am geilsten. Weil mit Batterien ist immer gut. Wir hatten das im letzten Video auch gehabt mit der... M4, glaub ich, oder so. Da hatten wir ja auch Batterien, die gegen arbeitet. Die hat richtig geknarrt, he. Ja, das ist ein Motor. Uuuuuh. Ja, ehrlich... Mit den ganzen... Ivey... Wirklich... ... also so ein Nerf-Turnier mit den ganzen Fortnite-Creatoren, wär doch ganz geil, oder? Jeder kriegt so seine eigenen Nerfgun, die sind auf so einer Fortnite-ähnlichen Map... Inzwischen hat er einfach auch schon das ganze Arsenal... Das könnte er ganzen Leuten austeilen und derjenige, der, sag ich mal, Pech hat, muss die Pump nehmen und jedes Mal 10 Stunden nachlassen zwischen den Shots. Und machen das einfach ein Relay nach. Wollt ihr das sehen? Ja, ne? Wenn ja, dann lasst blab und blab oder jäh. Alright, wir haben eine weitere Nerfgun. Jetzt Mini-Paluten. Mini-Paluten, schwarz. Es tut mir leid, ich habe kein anderes Ziel richtig da gerade. Außerdem hätte das Mini-Paluten ja eh aus, deswegen... Der Motor geht ab. Bereit? Ich halte direkt durch. Bop, 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 bop. Oh mein Gott, die ist geil, die ist geil. Ich dachte, dass die Lascher schießt, aber es geht ja eigentlich schon gut ab dafür. Die ist sehr cool. Aber wie schnell die alle weggehen, das war krass. Ja, da muss ich jetzt gleich wieder einsammeln, ne? Oh, du benutzt leider Munition. Geil. Gehen wir rüber zum letzten Produkt. Und das letzte Produkt ist einfach ein Fortnite-AMG-Wagen. Wie krank ist das? Was ist das? Warum gibt es sowas? Wie ist das bitte? Also so fast, ne? Also es ist halt die kleine... Also mir war schon klar, dass es so ein kleines ist, aber trotzdem, was ist das? Ich habe nicht genug Geld für die große Version, deswegen... Testen wir das Ganze mal? Ja, super. So, jetzt ganz kurz. Ui, Membo! Let's go, Junge! Jungs, gib Gas hier! Es wird nicht mal voll alleine, wie ich muss anschieben. Wie schnell ich fahre! Kannst du mal schneller schieben hier? Was denn? Was denn? Was denn, Großer? Aber ich hätte mich auch gewundert, wenn das funktioniert hätte mit Maxi vor oben drauf. Was denn, Großer? Der Motor, der hält mich nicht aus! Was soll ich machen? Der Motor hält mich nicht aus, Bro! Ich sage ehrlich! Bro, der Wagen geht kaputt, oder? Pin fährt natürlich jetzt noch ein bisschen weiter. Und natürlich... Boah, geil, Alter! Wuhu! Junge, wie schnell ich... Was die Nachbarn sich denken, wenn die rausschauen und das sehen, ey. Ist das geil, ey! What the fuck? Okay, Pin, reicht! Pin, reicht! Pin, reicht! Der Wagen ist kaputt, oder? Pin? Ich kann nicht mehr. Ja? Was denn? Bin ich zu schwer? Willst du mir grad sagen, dass ich zu schwer bin für das Fahrzeug? Nee, oder? Bro! Ey, guck mal, der Wagen ist halt für zwei- bis dreijährige. Ich bin fast 30! Da steht's bis zu... Du merkst du selber, ne? Ja, ich merk's selber! Da stand halt, glaub ich, so bis zu... Was war das? 10, 15 Kilo? 25 Kilo war das maximal, denn mit... Das ist ein Bein von mir. Das ist ein Bein von mir? Ich wiege halt... Bro, ich wiege fast 80. Okay, ich versagen euch das mal mit dem Fortnite-Amazon-Produkt. Falls du noch mehr davon siehst, lass uns dann doch oben da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis dann, tschau! Ey, das war mal wieder Fiebertraum-Video von Maxwell. War aber geil. Hat Spaß gemacht, das zu schauen. Lasst euch auf jeden Fall einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Wenn euch die Reaction gefallen hat, lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Und einen kostenlosen Power auf Twitch. Würde mich sehr hervor...